Neues vom Känguru Mit Marc-Uwe Kling Ich stehe irgendwo auf dem New Yorker Flughafen und weiß nicht wohin. Sir, come with me! brüllt ein beeindruckend kräftiger Sicherheitsmann quer über den Flughafen. Er deutet mit seinem Zeigefinger in meine Richtung. Ich drehe mich um. Leider steht niemand hinter mir. Er sagt, I want you to want me? frage ich eingeschüchtert. No, I want you so bad? frage ich. No, I want to break free? frage ich. Entschuldigung, immer wenn ich Englisch spreche, schießen mir diese Liedzitate durch den Kopf und irgendeine Zwangsstörung nötigt mich dazu, diese sofort auszusprechen. Leider spricht der Mann kein Deutsch. What? He said Captain. I said what? He said Captain. Shut up and let me go, sage ich. Er droht mir mit seinem Zeigefinger. I want you to follow me, Sir, sagt der Mann. Please. Eh, okay, sage ich und denke. I will follow him, follow him wherever he may go. Der Mann stupft mich an und sagt, come with me. Aha, yeah, sage ich und dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Er führt mich in einen kleinen Raum und setzt sich mir gegenüber an den Schreibtisch. Ich schicke. Ich schicke. Ich mache dir nichts. Ich schwöre, bei der Wind und den Stärken und dem Skogen. Ich bedeutet, was deine Berufung ist, dein Job, bei Hause, in Deutschland. Oh, ich bin ein Arzt, ich meine, ein kleiner Arzt. Oder vielleicht ein kleiner Arzt. Nein, das wäre ein jugglinger Dwarf. Du siehst, ich gehe auf die Szene und erzähle Geschichten. Du bist ein Komedian. Ja, okay, ich bin ein Komedian. Ich dachte so, sagt der Mann. Sehr lustig. Danke. Der Mann gibt mir meinen Koffer. Ich verlasse den Raum. Das Känguru wartet schon auf mich. Probleme gehabt? Fragt es. Nö, sage ich. Alles wie immer. Es ist Fritz. Ich sage es. Alles wie immer. Alles wie immer. Ich sage es. Vielen Dank.